Traumwelten Gesammelte Träume Abenteuer auf einem kaputten Planeten Am 23. Juli 2021 hat Omar Osman Kern das selber geschrieben. Und ich darf euch da vortragen. Mir träumte, ich sei nachts übers Land gewandert und sei an einem reichen Gasthof vorbeigekommen, wo ich Peti getroffen hätte. Dort hätte ich an einem Berg eine Quelle angezogen, aus welcher ich frisches Wasser fürs Dorf leiten lassen konnte. Im Dorf sei eine Kirche gewesen, in welchem sich ein zweischneidiges Schwert befunden hätte. Damit schlug ich allen dummen Köpfen der Regierung die Köpfe ab. Peti war es langweilig, also nahm ich ihn als Weggefährten mit. Wir surften auf einem breiten Fluss, so breit wie der Nil, auf unseren modischen, schwarzen, spitzigen Halbschuhen darauf herunter. Dann war ein Steg über den Fluss, der wackelig war, über den der Weg führte, weil man sonst von Krokodilen gefressen worden wäre. Indes am Fluss führte eine Strasse auf die Anhöhe, auf einen Kreisel, wo lauter Polizisten, lauter Männer, wegen eines Negers in Badehose, der mit dem Sonnenschirm spazierte, verhafteten. Ging man weiter, kam man an eine Wirtschaft, in welcher man auf eine Stiege rauf- und runterrutschen konnte, in das Innere, wo es leckeres Essen gab. An dem anderen Ausgang der Wirtschaft kam man auf einen Hafen, an welchem eine Stadt und wieder ein Fluss durch eine grosse Glasscheibe getrennt waren. Ging man von da wieder zurück, gelangte man durch eine amerikanische Militärkaserne, wo man sich umziehen musste, um nicht verhaftet zu werden. entging man schliesslich der Kaserne, kam man auf eine grüne Wiese mit einem Birnbaum, drauf welches an einem See mit vielen Armen stand. Ging man abermals daran vorbei, kam man in ein Dorf, wo am Bahnhof geschrieben stand, dass es nach Hause ginge. Der Weg führte aber in die Berge, wo es einen langen, tiefen Abgrund hatte. Dann kann man ein grosses, altes, dreistöckiges Gebäude sehen, mit einem grossen Laubbaum davor, welches eine Arbeitserziehungsanstalt für Jugendliche war. Im vordersten Teil des Hauses sah man den bösen Hausvater am Schreibtisch sitzen. Im zweiten war alles dunkel und im hintersten geriet man durch eine Gasse, direkt in deren Abgrund der Hölle. Ging man im Dorf an den Bahnhof, versprach man einem, der Weg führe nach Hause. Dieser führte aber ins nächste Kaff, wo noch dümmere Leute waren. Schliesslich kam man auf eine Weide, auf welcher sich Kühe gegenseitig auffrasen. Dann kam man über einen Pass, wo sich eine mittelgroße Stadt auftat, mit einer Seilbahn, einem Weg durch den Wald und einer Autobahn. In der Stadt wollte man aufs Tram, das fuhr aber nicht dahin, wo man wollte, sondern man landete auf einem stinkenden Parkplatz, wo sich der hintere Eingang eines grossen, langgestreckten Brockenhauses befand. Im ersten und größten Raum hingen vier Meter lange Mäntel in allen Farben aus purem Samt. Die Riesen waren alle außer Haus. Ging man in den nahen Wald, kam der Riese und folgte einem ans Leder. Geschickt musste man ihn ablenken, damit er einem nicht alle Knochen brach. Ging man im Brockenhaus weiter, ging es einen langen Gang hinunter, in welchem man allen Bundesräten die Hand schütteln durfte, ohne dass diese von einem Notiz nahmen. Schliesslich ging der Ausgang über schmale, verworrene Stiegenhäuser, wo sich lauter kriminelles Gesindel herumschlug. Und man kam schliesslich an den vorderen Eingang, der von außen nicht als solcher erkennbar war. Dort war an einem Fluss, dem entlang man lief, man an das Weltende kam. Man musste durch ein Sumpfgebiet und man kam ins Freie, in eine wilde, große Landschaft mit viel Weitblick, von welcher man nicht wusste, wie sie sein würde. Dort hatte es ein Dorf und eine Busstation, wo es schöne Mädchen hatte. Ging man durch die Hinterhöfe, konnte man mit einem Mädchen Sex haben. Ging man von dort wieder aufs Land, kam man an einer Scheune vorbei, wo sich zwei Jugendliche eine Messerstecherei lieferten. Schliesslich kam man an einem Berg mit verwildertem Stolleneingang, durch den man ging, geriet man in die Küche eines dreistöckigen Mietshauses, in die Küche, die unbewohnt war. Ging man durch den hinteren Balkon wieder ins Freie, befand man sich in einer Terrassenstadt, durch welche Züge und Autos durch Tunnele fuhren. Irgendwo anders hätte es ein kirchenartiges Gebäude, das aber seinen Einstieg oben hatte und in dessen zweiten Raum es eine Krone hatte, was man sich die aufsetzte, alle Wünsche in Erfüllung gingen. An einem anderen See kam wieder vor, dass das Wasser alles auslief und man auf dessen Grund man auf die andere Seite des Sees spazieren konnte und sogar auf dem Grund einkehren konnte. Nur, wenn das große Wasser wieder kam, rannten alle den Autos nach und schlugen sich dafür gegenseitig tot, nur um in Sicherheit zu gelangen. Wenn es Winter wurde, konnte man über den Schnee an niedrigen Flachtackfabriken, vor denen man fünf Meter grosse Labradors, Labradorhunde, Wache hielten. Man konnte aber auch in der Altstadt herumlungern und aus Bars um die Ecke Zigaretten aus Zigarettenautomaten klauen oder ein Haus weiter Wäsche von der Wäscheleine klauen und sogar gratis Kaffee trinken, wenn man es schaffte, den Barkipper abzulenken. War er aber einmal jemand auf dem Fersen, so führte jeder Fluchtversuch aus der Stadt in eine Sackgasse, aus welcher es nur schwierig zu entrinnen war. Dann konnte man auf weiten Wiesen und Feldern mit den Füssen strampeln und so das Fliegen erlernen, über und unter Stromleitungen hindurch. Man konnte auch auf Inlines Ketten auf den Kanten der Möbel von Kinderzimmern herumkurven oder auf dem nackten Bauch die gepflasterten Gassen heruntersurfen. Schliesslich lief man an einem Bahnhof die Gämeile entlang immer gerade aus, immer wieder weiter, bis der Weg aufführte und Kiesweg war. Da fragte einem ein Motorrad, willst du mich fahren? Und dann kam es angefahren und man fuhr weiter. Dann aber hörte der Weg auf und man kam an eine grosse Holztüre, welche das Himmelstor bedeutete. Die Türe zum Himmelreich war aber für alle für immer verschlossen und daneben fand man eine Bibel, in welcher berichtete vom Turmbau zu Babel, wo sich die Menschen nicht mehr verstanden und von wo der Bösen Bösen Sinflut die immer wieder kam. Oma, danke vielmals für den Text, den du uns hier niedergeschrieben hast. Von dieser Situation leben wir ja heute im Alltag und so macht es sich verständlich auch für Ausserstehende. Bitte gerne geschenkt.